hallo meine lieben guten morgen ja neues aus der welpenstube von unseren großspitzbabys von der elfe ja die kleinen sind wohl auf die haben jetzt heute morgen schon ihre erste impfung bekommen gegen pavirose und ihren mikrochip damit man sie zweifelsfrei identifizieren kann aber man kann man könnte bei euch eine milchzahn analyse machen das tut wie wenn ihr meine fußzehen abfressen ihr süßen mäuse ja wie man schön sieht das ist das mädchen mit dem rosanen band das ist der bub mit dem dunkelblauen halsband man sieht es fast gar nicht mehr da in dem dicken fell das ist so mein favorit der hat zwei strahlend blaue augen ich finde den so süß ihr frest mich auf ihr frest mich auf ihr mäuse da kommt noch mal die dame mit dem grünen bändchen die es sportlich zu einer krawatte trägt und du musst natürlich deine nase immer zwischen rein machen gehilfe ja was ist los schnitts ohr das hier ist der kleine mini bailey das große dicke bröckelchen ja madame butterfly verschläft da hinten ihren einsatz da ist die dame mit dem gelben band die grau gewolkt mit weiß geschickte und du schatz hast du deine ente mitgebracht ja toll deine ente hast du die wagi dabei hast du die wagi wagi dabei deine ente ja deine ente einmal durch den tunnel durchgeprescht deine ente willst du mamas ente klauen bist du ein kleiner entendieb ja heute morgen waren die kleinen alle mit der mama draußen im auslauf das war jetzt das erste mal dass ich sie alle drei alle zusammen ist draußen gesehen habe aber das ist mein fuß und der lebt noch du mich auffressen das geht ja mal gar nicht hast du einen kleinen mann im ohr du hast aber auch große ohren kann man so süße große ohren haben damit ich dich besser hören kann und du ja helfe du bist die nummer eins geh und glaubt kaum liegt die mama denken die kleinen gleich wieder die milch bar wer geöffnet so kleiner süßer knapper schatz du knapper schatz ja und wie man sieht hat die elfe trotz ihrer neuen babys eine tolle gesäuge leiste also ein tolles gesäuge und das ist was wo ich als züchter wirklich immer falle immer stolz drauf bin, wo man sagen kann, hey, jetzt guck mal, die Hündin hat wirklich neun Babys zur Welt gebracht, ja, aber sie ist nicht ausgezehrt und ausgemergelt, weil sie wird nämlich super ernährt und auch die Kleinen sind von Anfang an super ernährt worden, so dass die Mutterhündin wirklich nicht zu sehr ausgezehrt wird. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Da habe ich schon ganz andere Zustände gesehen, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, das arme Hündchen, wie sieht denn das aus, aber das ist bei uns nie der Fall und da bin ich auch wirklich sehr, sehr stolz drüber. Das machst du super, Elfe, aber es gibt auch das Beste vom Besten für dich, meine süße Maus. So, jetzt kommt wieder Werbung, jetzt machen wir Schluss. Bis dann. Tschüss.